Bis hin zur Luftfahrt liefert Martin seit 60 Jahren weltweit Produkte für den mechanischen Aggregatebau. Neben Standsumformteilen profitieren unsere Kunden von Produkten für den Toleranzausgleich bei der Baugruppenmontage. Denn unter dem Einsatz flexibler und innovativer Materialstrukturen reduzieren sich Kosten in ihrer gesamten Prozesskette. Unser Service für Ihre Prozessoptimierung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017